Liebe Grüße und Willkommen zurück auf meinem Kanal. Dies ist der zweite Teil meines vorherigen Videos, wo ich eine alternative Sicht der menschlichen Geschichte und unseren Platz darin beschrieben habe. Wenn Sie Teil 1 nicht gesehen haben, es gibt einen Link in der Beschreibung. In diesem Video werde ich auf das eingehen, was ich als die dualen Zeitlinien bezeichne und dann werde ich einige zusätzliche Gedanken teilen. Da Sie nun mit der Zeitlinie vertraut sind, die ich im ersten Teil erklärt habe, werden wir für dieses Video eine vereinfachte Version verwenden. Sie werden sehen, dass ich das Datum der zweiten Auferstehung auf 1820 schätze, aber das genaue Datum ist noch nicht bestätigt. Ich glaube, dass es für den Feind ein leichtes war, uns über irgendetwas auf der Zeitlinie vor Christus zu täuschen, weil praktisch nichts aus dieser Zeit datiert ist. Die Menschen haben die Jahreszahl nicht im Auge behalten, weil es wirklich keinen Anhaltspunkt gab. Man kann uns so ziemlich alles über Artefakte aus dieser Zeit erzählen. Ich glaube, dass die Praxis, die Jahre zu zählen, wirklich im Jahr 1 des tausendjährigen Reiches begann. Ich glaube, das ist die wahre Bedeutung von AD oder der lateinische Ausdruck Anno Domini, was im Jahr des Herrn bedeutet. Wegen der großen Menge an datierten Artefakten, die aus dem tausendjährigen Reich überlebt haben, musste Satan viele Cover-Stories, also Vertuschungsgeschichten, für all die Beweise liefern, die er nicht zerstören konnte. Er hat uns gesagt, dass der Ausdruck Anno Domini oder im Jahr des Herrn ab der Geburt von Jesus bedeutet. Ich glaube jedoch, dass das wahre Jahr 1 der Beginn des Reiches Jesu hier auf der Erde ist. Da dieser Zeitraum nur tausend buchstäbliche Jahre dauern würde, gab es einen Grund, die Zeit zu verfolgen. Man könnte sagen, es dient als Countdown. Während des Königreiches wurde ein dreistelliges Datierungssystem verwendet, dem in der Regel der Buchstabe I vorangestellt wurde. Es wird angenommen, dass dieser Buchstabe I für Is oder Iesus steht, was auf Griechisch und Lateinisch Jesus bedeutet. Es scheint mehrere andere Variationen der Schreibweise und Aussprache des Namens von Jesus allein innerhalb des Lateinischen sowie in anderen Sprachen zu geben. Manchmal gibt es andere Zeichen, die dem dreistelligen Datum vorangestellt sind, wie ein J oder ein kleingeschriebenes I, sowie unbekannte Zeichen, die aus dem Griechischen, Aramäischen oder Hebräischen stammen können. Eine der besten Möglichkeiten, die ich gefunden habe, um Beispiele für ein nichtnumerisches Zeichen in der Jahreszahl zu finden, ist das Betrachten von echten Münzen, die aus dem tausendjährigen Reich überlebt haben. Hier haben wir eine Münze, von der man sagen würde, sie stamme aus dem Jahr 1621. Wir sehen jedoch, dass das Zeichen in der ersten Ziffer anders ist als die Zahl 1 in der letzten Ziffer und daher können wir schließen, dass die erste Ziffer keine Zahl 1 ist. Hier haben wir eine andere Münze, von der man sagen würde, dass sie aus dem Jahr 1700 stammt, aber offensichtlich ähnelt das Zeichen in der ersten Ziffer nicht einer Ziffer 1 und es gibt eine große Lücke, die sie von der dreistelligen Jahreszahl trennt. Wir können daraus schließen, dass diese Münze nicht aus dem Jahr 1700, sondern aus dem Jahr 700 des Königreiches stammt. Hier haben wir ein anderes, subtileres Beispiel, aber wir können sehen, dass das Relief des Buchstabens i im Datum raffinierter und konkurrent mit den anderen Buchstaben ist, während die Ziffern mehr miteinander übereinstimmen. Wieder würde man uns sagen, dass dieses Artefakt aus dem Jahr 1890 stammt, aber ich würde sagen, dass das Datum auf dieser Münze i 890 lautet, was Jahr 890 des Reiches Jesu bedeutet. Es gibt noch viele weitere Beispiele und sie werden keine Probleme haben, ihre eigenen zu finden. Es ist eines der Dinge, bei denen man es nicht mehr übersehen kann, wenn man es einmal gesehen hat. Die Datierung von Münzen und anderen Artefakten kann knifflig sein, denn, beginnend um die sogenannten 1800er Jahre, fangen wir an, Artefakte zu sehen, die vom Feind mit einer echten Nummer 1 in der ersten Ziffer des Datums geschaffen wurden. Das ist ungefähr die Zeit, in der Satan aus seinem Gefängnis entlassen wurde und mit der Zeitlinientäuschung begann. Er fing an, falsche Datierungen in alle Arten von Objekten einzufügen, einschließlich rückdatierter Inschriften in Büchern, auf Denkmälern und Architektur, verschiedenen Kunstwerken und mehr. Wie genau er das angestellt hat, kann ich Ihnen nicht so einfach sagen. Ein letztes Beispiel. Wenn wir einen Gegenstand oder ein Ereignis haben, das mit der Nummer 1900 datiert wurde, wäre das hier auf der Zeitlinie in unserer kleinen Jahreszeit. Aber wenn wir einen Gegenstand finden, der mit I900 datiert wurde, würde das eigentlich hier in das späte Königreich fallen. Und umgekehrt, wenn wir ein voreingestelltes Datum wie 1500 haben, ist das im Allgemeinen das gleiche Jahr wie I500. Wenn das ein wenig verwirrend erscheint, nun, das sollte es auch sein. Aber Sie werden den Kniff schon herausfinden. Zusätzlich zum numerischen Datierungssystem wurde die Jahreszahl auch in sogenannten römischen Ziffern angegeben. Ich habe das Gefühl, dass die römischen Ziffern vielleicht ein wenig anders zu interpretieren sind als das, was uns gesagt wurde, aber das ist nichts, was ich im Moment untersuchen werde. Wenn Sie jemand sind, der diese Art von Dingen erforscht, dann kennen Sie das, was als die tausend Jahre hinzugefügte Geschichte angesehen wird, die in unsere Zeitlinie eingefügt wurde. In Wirklichkeit scheinen es etwa 800 bis 850 Jahre zu sein. Ich glaube, der ganze Grund, warum Satan etwa 800 Jahre in unsere Zeitlinie eingefügt hat, ist, um wieder einmal eine Vertuschungsgeschichte für die Dinge zu liefern, die er nicht zerstören konnte. Wie ich anhand von wenigen Beispielen gezeigt habe, gibt es unzählige Artefakte, die den Buchstaben I oder J vor der Jahreszahl haben. Uns wird gesagt, dass ein Artefakt, das mit I 500 datiert ist, das Jahr 1500 wäre, aber dadurch muss eine Menge gefälschter und übertriebener Geschichte hinzugefügt werden. Je mehr man über die wahre Natur unserer Vergangenheit erfährt, desto offensichtlicher wird, dass Jesus Christus die ultimative Wahrheit ist und es wäre definitiv viel schwieriger, hinauszugehen und die Nationen zu täuschen, wenn wir alle verstehen würden, dass wir von den Errungenschaften des Reiches Christi zehren. So gesehen glaube ich, dass wir uns tatsächlich ungefähr im Jahr 1200 befinden. Ein genauerer Zustand kann nur bestimmt werden, indem man das genaue Jahr in der falschen Zeitlinie herausfindet, in dem der sogenannte Reset stattgefunden hat. Wenn das Jahr I wirklich mit dem Beginn des tausendjährigen Reiches beginnt, dann sind tausend Jahre vergangen plus die 200 Jahre ungefähr, die wir schon in der kleinen Jahreszeit sind, was uns ungefähr in das Jahr 1200 bringt. Wenn wir weiterhin die Zeit vor der Geburt Christi ableiten würden, dann würde man einfach 70 Jahre hinzufügen. So sehe ich die Dinge im Moment und ich hoffe, das hilft Ihnen, das Datierungssystem zu verstehen und wie sich die beiden Zeitlinien zueinander verhalten. Jetzt werde ich einige zusätzliche Gedanken und Fragen durchgehen. Wo sind die Heiligen? Im ersten Teil habe ich gesagt, dass die Heiligen am Ende des Reiches in den Himmel aufsteigen. Ich habe das damals gesagt, um die Dinge einfach zu halten, aber ich denke tatsächlich, dass das vielleicht nicht der Fall ist. In der Bibel steht, dass die Heere das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt umringen werden, was darauf hindeutet, dass sie irgendwo hier auf der Erde sind. Vielleicht befindet sich das Lager der Heiligen in einer Region, die wir nicht erkunden dürfen. Wer waren die übrigen Toten? Im ersten Teil habe ich über die zweite Auferstehung gesprochen und darüber, wie diejenigen, die daran teilnahmen, einfach als der Rest der Toten bezeichnet wurden. Ich werde diesen Teil etwas ausführlicher beschreiben. Ich glaube, dass diese Menschen lebten, bevor Christus jemals geboren wurde. Deshalb hatten sie nicht die Chance, die Wahl zu treffen, ob sie Christus annehmen oder ablehnen. Es ist ein unauslöschliches Gesetz des Universums. Also mussten diese Menschen, die in der Zeit vor Christus gelebt haben, wieder auferstehen und die Chance haben, diese Entscheidung zu treffen. Das ist die einzige logische Theorie, die ich mir vorstellen kann. Es ist meine persönliche Meinung, dass niemand, der jetzt lebt, zu dieser Gruppe gehört. Aber wer weiß das schon? Wohin gingen die Menschen des tausendjährigen Reiches? Ich habe bisher nichts in der Bibel gefunden, was darauf hinweist, wohin die Sterblichen am Ende des tausendjährigen Reiches gehen. Man könnte annehmen, dass sie bis in die kleine Zeit weiterleben, so wie diejenigen, die die Trübsal überlebt haben, bis ins Reich normal weiterleben. Andererseits scheinen die frühen geschichtlichen Belege oft auf die Idee hinzuweisen, dass das neue Volk das alte Volk vollständig ersetzt hat. Jedoch scheint es so, als ob es überhaupt keine Kontinuität gäbe, wenn eine Gruppe vollständig gegen eine andere ausgetauscht würde. Nochmal, ich bin mir ehrlich gesagt nicht im Klaren darüber, was genau während des Übergangs am Ende des Reiches passiert. Katholizismus, neue Überdenken Während wir diesen Zeitraum neu betrachten, weiß ich, dass viele Protestanten mit der Darstellung der katholischen Kirche und der mit ihr verbundenen Ikonografie nicht einverstanden sein werden. Seit ich christlich geworden bin, was in meinem Erwachsenenleben war, formulierte ich die Meinung, dass der Katholizismus eine Art bizarre Mischung zwischen Christentum und Heidentum sei und dass viele dieser Praktiken und Glaubensweisen nicht biblisch seien. Ich war auch gleichzeitig perplex darüber, wie dieses Glaubenssystem, das angeblich alles falsch machte, all die schönsten Kathedralen und Kunstwerke erschaffen konnte. Ich war enttäuscht, dass all die besten Kunstwerke und Architekturen für mich tabu sein mussten. Aber ich habe meine Meinung darüber komplett geändert, da ich ein höheres Verständnis unserer Vergangenheit erlangt habe. Ich habe den Ruf der modernen katholischen Kirche von dem getrennt, was eigentlich die Entwicklung des Christentums durch die messianische Herrschaft von Jesus Christus selbst war. Die katholische Kirche, oder wie auch immer sie während dieser Zeit genannt worden sein mag, scheint der prestigeträchtigste Flügel des Regierungssystems während des Königreiches zu sein. Ihre höheren Ämter, wenn nicht sogar alle Ämter, scheinen von Heiligen besetzt zu sein. Sie ist die Antithese zur Idee der Trennung von Kirche und Staat. Außerdem beinhalten die Glaubenssysteme des Katholizismus und der östlichen Orthodoxie beide die neue Klasse von Wesen, die Heiligen, die die allerersten ihrer Art sind. Sie sind wie unsere großen Brüder und Schwestern, die vor uns ihren Abschluss gemacht haben und seitdem eine Rolle in dieser Welt spielen. Diese Glaubenssysteme, die während des tausendjährigen Reiches entwickelt wurden, geben uns einen Einblick, wie sie eine Rolle in unserem Leben spielen. Die Heiligen existieren noch nicht in den Zeiten des Alten und Neuen Testaments. Deshalb steht dort nichts über sie als verschiedene geistige Entitäten. Die Zeitlinientäuschung hat eine Kluft zwischen zwei Seiten derselben Münze geschaffen. Als Christen wissen wir, dass wir mit der geistigen Welt sehr vorsichtig sein müssen, also sage ich nicht, dass wir direkt in irgendetwas eintauchen sollen. Aber nachdem ich die wahre Natur unserer Vergangenheit entdeckt habe, habe ich natürlicherweise begonnen, mit dem übereinzustimmen, was allgemein als Katholizismus angesehen wird. Wenn Sie hingegen bereits die allgemeinen Ideen des Katholizismus vertreten, dann werden Sie mit dieser neuen Offenbarung wahrscheinlich Ihre eigenen Glaubenssätze und woher Sie kommen, auf einer viel tieferen Ebene verstehen. Überdenken von Symbolen, Institutionen und bemerkenswerten Charakteren Sie werden sehen, dass das tausendjährige Reich voller Symbolik ist, die Sie vielleicht als abstoßend empfinden. Ich habe jedoch begonnen, diese Dinge zu überdenken und für die Idee offen zu sein, dass sie etwas ganz anderes darstellen oder dass die Charaktere vielleicht nicht schuldig sind. Während der Zeit, in der wir leben, oder der kleinen Jahreszeit, wurden viele von Gottes heiligen Symbolen und Institutionen vom Feind usurpiert und so wurde ihr Ruf besudelt. Ich habe begonnen, die Unterscheidung zu machen, dass sie eine andere Bedeutung innerhalb Gottes Reiches hatten und nun die gegenteilige Konnotation innerhalb der kleinen Jahreszeit haben. Wer sind die griechischen Götter? Zu guter Letzt, eine der größten Fragen, die Sie vielleicht haben, ist, warum sind die sogenannten griechischen Götter in einem christlichen Reich allgegenwärtig? Ich habe einige Theorien, wie sie da hineinpassen und ich freue mich darauf, in naher Zukunft Videos darüber zu machen. Ich will den Spaß nicht verderben, aber Sie sollen wissen, dass ich diese Frage bald ansprechen werde. Nun, da wir eine gute Grundlage gelegt haben, freue ich mich darauf, eine Reihe von Themen aus dieser Perspektive zu behandeln. Ich hoffe, das tausendjährige Reich mit Ihnen zu teilen, da ich während des Beginns unserer neuen Abnormalität Tröstung darin gefunden habe, Tartarien zu erforschen. Indem ich ein tieferes Verständnis für unsere Vergangenheit gewinne, lerne ich immer wieder neue Dinge über Gott, das geistige Reich und unsere wahre Natur als menschliche Wesen. Ich glaube, dass all die unglaublichen Kunstwerke und die Architektur, die in dieser Zeit geschaffen wurden, nicht nur für die meisten Menschen des Reiches, sondern auch für die Menschen unserer Zeit bestimmt waren. Außerdem gibt es uns einen Einblick in den ästhetischen Geschmack Gottes selbst und einen kleinen Blick auf die Pracht dessen, was wir auf der neuen Erde bauen und erforschen werden. Meiner Meinung nach ist dies ein wunderbarer Ort, um unsere wahrheitssuchenden Neigungen zu fokussieren, denn die Welt im Großen und Ganzen wird bis zum letzten Tag immer unsinnig und verkehrt sein. Danke fürs Zuschauen. Link zum Originalvideo in der Beschreibung, übersetzt und gesprochen von Flo. bis zum nächsten Tag geht's un 부분 ab. Untertitelung des ZDF, 2020